so willkommen bei malina und zu einer weiteren folge abiotik faktor und zwar folge 10 hast du mich gehauen ich meine wir müssen einfach mal gucken jetzt haben wir hier wieder dieses komische lila ding da wie spät ist das hauptneuen waren noch die kommen doch um mit der nacht oder wir haben antelicht jetzt was war das ich weiß nicht was war eine schöne leuchtende pflanze irgendwo aus dem antiversum kann ein repartoren verschrottet werden macht für mich irgendwie null sinn ich genau so ob wir jetzt diesen sicherheitstypen hacken können weil irgendwo müssen wir ja noch was machen können wir brauchen doch noch immer die pausa haben wir jetzt die gelegenheit hast du deine ersatzbatterie bei nee hatte weil hier ist noch eine muss ich kann auch ich kann auch von schießen muss aber dann anmachen verbinden oder was ich habe ihn getroffen er kriegt sie wieder das ist das ist so useless also für uns ist das nicht useless aber ich habe mal mit teil brauchst du noch was oder warte mal die luft fühlt sich selbst aber nicht dass sie in unserer basis jetzt gerade unruhe stiften die typen dadurch diese wenn sie da durchgekommen sind ich höre da was doch machen soll ach scheiße ich dachte ich komme nur mit der nacht scheiße warte ich muss mal weg ich muss mal weg oh ich bin ich oh ich habe eine blutdruck als würde wohl hier Pfund jetzt das geht Detainer aber schon mal was braucht es braucht sowas ich nicht mehr verbrauchen Jack ist sie heute ich hab die Pfeile genommen so tut er er ist tot ich muss mal ganz kurz gucken was da auch wieder reingeht das tut ja das ist auch ein Hammerweiler bei er hat ja so vielleicht jetzt haben wir hier gar keine Batterie für den Kühlschrank wo ist die andere Batterie dann? weiß ich nicht wir haben nix im Griff hier ist noch eine zusammenpacken wie kannst du die Software dann komplett aufgeladen also wir müssen dann tatsächlich wenn soweit ist die Base beschützen lebt die noch hier? ne aber ich würde denken du denkst nur dass die sich bewegen ne ich hab noch einen Schrei gehört so so okay dann ich brauch brauchst du? äh ich ne wakten sagst du? so ich tue einfach mal irgendwas hier alles in diesen Aktenschrank rein krieg ich denn jetzt hier der Schlampe ist auch fast leer ist noch die Batterie da gibt er noch eins warte ich tue mal das Ungekochte da rein in den Kühlschrank hm 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 wofu haben wir jetzt? 4 uhr 50 wann geht da Lichtよう mit an? um sechs oder gute pahre ich muss meinen der schamper wecken auch mal irgendwo ist auch die provisorische kurz ich bin nicht durstig nicht hungrig ist noch kalt ach jetzt geht so wie schon alles klar so dann kann ich die noch umstand ja ja ich muss das ist aber ein bisschen bisschen nervig hat keiner kurz ok kühlschrank ist auf jeden fall wieder verbunden die hat auch noch einigermaßen saft die hat glaube ich nichts so okay die eine batterie lädt wieder nice so ach so jetzt guck mal jetzt kurz hier bei diesem sicherheitstypen was ist das eigentlich ich kann den benutzen oder ja ja keine ahnung also es hat nichts gebracht jetzt quasi hier ist nur die ball drin und hier kommen wir nicht rein ich würde gerne gerade reinwerfen ich komme jetzt der schokolade der totias totia chips hier mit mitgliedsland aus der er gibt diese diese hoher er kann das er aufnehmen ich bin naja aber er hat er so wohl schon drauf er ist auch kommt so gut so gut ich bin das heißt es nicht aber das hat uns nichts gebracht hier ist nichts außer ein power socket ja gut aber jetzt fällt mir langsam nicht mehr so viel ein stone ach du hast die drei dosen da schon geholt das ist eindeutig einfach nur skills geld habe ich eigentlich neun dollar okay die letzte stunde macht die plätze voll sonst muss man mal kurz abliefern das sind kein piece ein kann er geht ich hab noch sieben ja ja okay ich bin aber mal kurz zurück weil ich bin eben ist ja echt super schnell voll so viel mehr so viel mehr viel mehr viel mehr ich bin immer wieder in der Kohlschrank okay ich bin bereit ja aber wohin ist da ist jetzt die frage wohin haben wir mit allen gesprochen alle die wir gefunden haben hier lädst du die batterie wieder auf ok ich gehe einfach mal nach oben was soll ich ist ja noch der typ also hier diese truhe können wir auch nicht öffnen wo dieser sicherheits officer ja ich also ich bin einmal in eine treppe hochgegangen nicht ganz genau da hinten wo du lang gehst da ist nur diese komische zugverbindung wo der zug nicht kommt die kommt auch nicht aber wir können das ding hier tatsächlich nicht bewegen bewegt sich was ist das her ich sehe aber auch nichts dran wer weiß was von powershause ja das ist auch so eine frage haben wir wirklich nichts zu besehen er muss ja jetzt gucken ob wir vielleicht noch irgendwo was hacken können was mal hier ist ja auch noch der eine ich bin nicht bereit jetzt nur ein bisschen langer vielleicht werden sie das fixen und ich kann zurück zu meinem werk ich habe samplen die denatoren als wir sprechen wir können nicht so gehen wir können wo ist ok wo ist denn eigentlich silo 3 zauern die auf niveau 3 aber da kommen wir nicht ohne die tür zu treffen 3 3 ist hier noch wasser drin ach so dann bist du da wo ich auch bin circa kommst du so kann man zum aufzug auf einmal hoch zack 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 also noch ich glaube auch dabei muss da was zu finden sein womit wir die klasse 1 ok soll dahinter ist etwas fettes glaube ich ich drücke die tasten wie wild so wert und so nicht gesehen was habe ich glaube ich glaube ich habe getroffen das ist der typ aus dem wie aus dem dinge ich sollte wahrscheinlich eine restrunde oh scheiße warum kann ich nicht warum oder auch auf ich weiß ich weiß ich weiß die gehen mir auch so auf den nerven hast du müssen dabei ich kann ihn schlachten ist aber nur biermüll geworden ähm brauchen wir aber die Medizin warte mal warte mal komm schon und nur stopft sitzen wo muss ich schon wieder hacken oder was das ist hackathon hacka man hacka man na komm schon na komm schon sind wir jetzt in diesem labor wo muss man frei nicht da aber hier kannst du doch irgendwann aufladen ne ich tue mal so lange mein schlafen okay ist ein bleibeste einfach rucksack wir brauchen das faxgerät den drucker das hat sich doch nicht gut an hier wird irgendeiner doch blutend weggezogen oder oh hier ist noch irgend so ein sicherheitsverzug ich bin sorry du nicht die rift da sind abominent in in wirst ver ver also er muss auf klo hat er gesagt ja pass auf er sagt wir sollen den riss nicht öffnen und wenn wir uns nicht aufhalten dann halten uns die das militär auf so habe ich das jetzt verstanden ja ja warte warte ich musste erst mal kurz hier unten drunter ich glaube hier ist ein strahlanzug wo wirst du wirst du wirst wo bist du wo ist händen lang nach unten ich bin da unten gegangen und ich habe auch ein schutzanzug gefunden jenemann jod ok was ist auch noch ein e mail energie zent ist jim ich mache mir sorgen dass wir die energie zählen nicht genug dass wir die energie zählen nicht genug feldtests unterzogen haben ich habe anders sind von ihnen erzählt er sorgt sich dass wir uns auf salz verlassen um flach hügel in schach zu halten sie wurden getestet ein dämmungssysteme waffen sogar einige der prototypen für personentransport und bitte sie sind natrium basierte akkumulatoren entwickelt aus unserer forschung in a2 nicht salz die brennstoffzellen sind nicht das problem hier wenn du verstehst was ich meine ok kann es unter den und in der manufaktur bitte etwas organisiert dazu gehen ein wunder dass wir überhaupt was hinkriegen ich habe gestern warscha besucht und bin in jedem gang über kisten gestolpert was absolut nicht den grundlegenden sicherheitsstandards entspricht ich weiß wir höre nicht auf oscha dafür wird aber kiste und vorbeischauen wenn ihr und ein unfall passieren wer war wir arbeiten daran sorge einfach dafür dass ich deine krawatte in keiner maschine fängt ok und die anderen diese kleinen ausländischen haben also sagen so warte 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 ich muss auf klar ist was muss wieder ein ass muss wieder ein abseilen oder was die haben sind und gab es auch nur diesen einen sicherheitsanzug und macht überhaupt zu viele gegner wir lassen die kruppen für was im mittelhof als stilger zu steigern den wort ich mach ich mach ... ... ... mensch 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 okay wir lassen sie kürb musste jetzt auf klo ja immer noch haben wir machen jetzt noch erst also jetzt aufbauen ja ja mach auf jetzt okay dafür glück auf der seite ich habe da noch alles und dann liegt eine bleibeste du kommst mit man habe ich leider kein menschlich das mal lieber da drauf brauchen wir sagst du dann lasse ich mal lieber das ding entfallen ja ist dabei die einrichtung für eine weile zu verlassen du kannst durch einen portal zurückkehren aber du sollst sie auch vorbereiten zum beispiel etwas zu essen mit bringen und dafür sorgen dass du gut ausgeholt bist wenn du in einer portalwelt stirbst kannst zu wählen ob du am eingang der portalwelt oder an einem anderen punkt in der einrichtung wieder beliebt ist ja sollten wir noch mal zum ausruhen und auf klo gehen ja und schlafen okay und dann machen wir das aber stehen trotzdem wir müssten doch mal so spritzen heilspritzen machen deswegen brauche ich die biome sowie kommen wir jetzt schnell dahin hier lang was ist für explosionen im hinterhund so ich gebe dir einfach mal den biomell ja warte im kurs irgendwie man hat fleisch auf dem herd gelassen hattest du den biomell schon irgendwo drin ach so ich war hinten was hinten was im aktenschrank den hammer brauche ich vielleicht doch noch ich habe nicht gemacht ich war nicht für dieses hekt oh 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 so dann 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 das noch da rein und das noch da rein nein die so äh äh bei also biomell ist der marktenschrank ne genau da war der biomell äh fleisch das am wenig fleisch was brauchen dafür ja krauter das okay hier ist alles okay also ich weiß nicht diese eine pflanze die wir da gesammelt haben diese ante lichter eine schöne leuchtende pflanze kann ich am das machen das entspanntes licht an der decke so ich so ich ich stelle das genau in die mitte sonst hast du zu viel licht und ich wenig an meiner bezeit so was was brauche ich dafür dann nice so antifers 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 hier brauchen wir hier brauchen wir oh ja oh ja oh ja so wo sind jetzt immer diese pfeile da stift und metallhaufen alles klar stift und metallhaufen hier sind metallhaufen ich glaube ich nichts stifte sind hier hier brauche ich die zwei haben auch ein set etanol sals und mit oscar hast du noch biermüll übrig gelassen oder nicht mehr äh 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 das thema fallen ja nice drei heilspritzen 9 6 also 6 älter schwede ja dann sollten wir da ähm was hat nach hinten oh ja das wird erstmal reichen glaube ich so das das ist das schon leer? ne hier das hier so zusammenpacken waschen waschen ja komm vielleicht noch ein bisschen duct tape mitnehmen man weiß ja nie ob man was reparieren muss weiß wer noch älter noch ne wir hatten glaube ich nur diese äh 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 mitnehmen haben wir denn noch was ja haben wir auch ok also ich ich bin soweit ready glaube ich glaube ich könnte den hammer hier lassen ich tu ihn mal hier rein ich tu ihn mal hier rein schraubenzieher brauche ich glaube ich auch nicht lass ich auch weg oh scheiß äh ich nehme was trinken mit zwei fußverstauchung vielleicht haben wir da noch irgendwo was ist ne ne wo ist die erste da warum vielleicht sollten wir die wirklich mal beschriften du so nimm das auch nochmal wenn wir da reingehen warte warte was ist das für eine spritze also ich nehme noch eine volle rolle da nicht immer jede spritze da muss man ja schon gottvertrauen haben aber verringert ihr halt die erhaltene strahlung und reduzierte strahlung die der patient bereits hat oh oh ich brauche unbedingt ducktape hast du dir auch mal deine rüstung angeschaut ähm naja ich muss meine waffe äh das reicht nicht ein tomate das reicht nicht ein tomate oh also ich habe nochmal tomaten geerntet so ok ich bin ein bisschen hungrig ich mache heute mal vegetarisch ne ja nicht leichter im magen wenn wir jetzt gleich schlafen gehen ja schlafen muss noch passieren ne ne ja pass auf dann würde ich bevor wir schlafen gehen würde ich mit der folge am ende machen something has awakened me wir können nicht schlafen ist 45 pm und wie sie deine ja ich bin halb müde wie bist du denn drauf wir können nicht schlafen ist das die pflanze ich denke ja ok warte mich tut die pflanze mal weg versuchen wir mal ne immer noch nicht da ist was das ist das ist ja ich hoffe mal immer noch nicht ich gehe ganz kurz da ist einfach nichts so warte mal das auto jetzt vielleicht ja so während so schon selig schläft machen wir mal vor ende mit folge 10 vielen dank auf jeden fall fürs zusehen nächste folge gehen wir dann in das portal herein und ist ja wahrscheinlich brauchen wir eine energiezelle aus diesem portal ich denke mal und über ein like abo und kommentar würde ich mich freuen bis zur nächsten folge ciao ciao und